Ich bin zu cool, er kriegt mich nicht. So, jetzt gehen wir noch schnell Hubschrauber fliegen. Ich muss laufen, weil sonst ist der Hubschrauber weg. Rechtzeitig noch zum Hubschrauber geschafft. Jetzt machen wir eine kleine Runde über den Kreisberg und über das Eventgelände drüber. Das schauen wir uns an. Der Helikopter wird in die Garage geschoben und wir berichten weiter vom Event. So, ja? So? Am Kreisberg! So? So? So?